Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mich gerade spontan dazu entschlossen ein kleines Follow Me Around zu drehen von unserem Vorbereitungstag vom Turnier. Und ja, deswegen drehe ich jetzt gerade mit meinem Handy. Ich hoffe es funktioniert. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß. So, ich gebe erstmal die Felder reinholen. Einmal noch Donny und Odala, die stehen heute noch auf der Wiese. Und Donny guckt mal die Kamera. Nein? Okay. Ja, bis gleich. Ja, Odala. Äh, no. Ich habe jetzt alle Sachen schon mal zum Hänger gebracht und putze die jetzt hier im Hänger, weil da hinten gerade Heu reintransportiert wird. Und dann habe ich keinen Bock, dass die Sachen sofort wieder dreckig werden. Jo, und fange ich mal an zu putzen. Ich benutze hier diese Lederkombi von Effax. Ähm, die finde ich richtig gut. Und ja, da muss man einfach nur einmal drüber reiben mit. Und, ähm, ja, den Dreck wegschrubben. Weil, ja, keine Ahnung, ich kriege damit meine Sachen super, super, super gut sauber. Und es ist so, halt nicht so kompliziert. Deswegen nutze ich die immer. Also die ist top. Kann ich nur weiterempfehlen. Das ist schon mal sauber. So, jetzt ist alles wieder sauber. So, jetzt muss ich nur noch meine Stiefel putzen. Die haben es auch echt nötig. Die sehen mal wieder aus wie Sau. Und ja, dann habe ich hoffentlich alles fertig. Oh, Stiefel, die sind jetzt auch sauber. Endlich. Yay, dann bin ich jetzt fertig mit Sachen putzen. Juhu! Mir ist es immer so, dass ich wirklich eigentlich alle Sachen am Tag vor dem Turnier putze. Vielleicht habt ihr morgens früh gar keine Lust drauf und deswegen putze ich immer alles. Und ich stelle auch jetzt gleich schon mal die Nummern ein. Hupsala. Ähm, ja. Damit wir morgen keinen Stress haben, weil ich hasse Stress. Ich mache immer lieber alles ganz in Ruhe und dann habe ich lieber alles schon fertig. Juhu, deswegen packe jetzt auch die restlichen Sachen in den Hänger, mache alles fertig für morgen. Ich stelle jetzt noch die Nummern ein und mache die schon mal ans Vorderzeug. Und dann putze ich noch nie noch, glaube ich, kurz. Ja. So, Nummern sind jetzt auch dran. Wir sind morgen die Startnummer 214. Juhu! Ja. Dann habe ich jetzt soweit alles im Hänger. Trense, Sattel, Vorderzeug. Ähm, ja. Stiefel, Gamaschen. Ah! Ich glaube, ich habe die Gamaschen vergessen, aber die müssen eigentlich noch hier drin liegen. Ähm, oh Mann. Oh Gott. Uuuh! Mein! Doch, da hinten sind die Gamaschen. Yay! Ich habe sie doch nicht vergessen. Supi. Und der Panzer liegt da auch hinten irgendwo. Sehr gut. Dann habe ich alles dabei. Dann werde ich jetzt noch, ähm, Donny ein bisschen putzen gehen. Und dann werde ich auch nach Hause fahren. Ja. Dann sind wir auch eigentlich schon durch. Hallo. Ja. Oh, oh. Darf ich vorstellen? Lu? Ja. Wie Mäusefangen. Das Video hat euch gefallen. Ich bin jetzt schon auf dem Rückweg nach Hause. Am Fahrrad. Ähm, ja. Ich konnte dann nicht mehr so viel filmen. Und ja, wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Und, äh, guck mal, dass ich hier nicht umgefahren werde. Tschüss! Und, äh, ich entschuldige mich noch für die, äh, Megatechnikqualität. Weil ich habe es ja mit dem Handy gefilmt. Und, ähm, ja, also ich denke, es wird nochmal ein Vorbereitungsvideo kommen für irgendein Turnier, denke ich mal. Hoffe ich mal. Dann mit einer anderen Kamera. Aber, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und, ja. Tschüss! Tschüss!